Als Unternehmensgründer stehst du vor gefühlt 1000 Fragen und weißt nicht so recht, wie du mit deinem Unternehmen starten sollst. Brauche ich einen Fahrtenbruch? Lieber digital oder in Papierform? Welche Registrierkasse soll ich nehmen? Brauchst du noch praxisipropte Erfahrungswerte? Für all diese Fragen und viele weiteren habe ich eine Lösung für dich. Wie dir aussieht, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Damit mal eine Steuerbelastung überhaupt entsteht, muss der erste Schritt in die Selbstständigkeit gegangen werden. Und wie bereits erwähnt, ist dieser Schritt mit sehr vielen Fragen und vor allem viel Unsicherheit verbunden. Und da unsere Kanzlei täglich Unternehmensgründer erfolgreich begleitet, möchte ich auch dich dabei unterstützen, mit unserer Gründer-Community ebenso erfolgreich zu werden. In dieser Community kannst du dich mit anderen Unternehmensgründern austauschen und bekommst von mir auch noch die passenden Tipps aus der Praxis an die Hand, damit du eben nicht jeden Fehler selbst machen musst. In dieser School-Community bin ich selbst regelmäßig online, um deine individuellen Fragen zu beantworten. Da ich leider nicht mehr die Zeit habe, alle Social-Media-Kommentare selbst zu beantworten, haben wir uns für diese Community entschieden. Denn da bin ich immer auch selbst drinnen. Schauen wir mal rein, was erwartet dich so, beziehungsweise die Community gibt es schon seit einigen Monaten. Was hat sich bisher so getan? Schauen wir mal rein. Für alle, die es cool noch nicht kennen, wir haben da so einen Feed, ähnlich wie auf Facebook mit den Gruppen. Das heißt, da mal kurz ein Willkommens-Post, das heißt, da wird einmal vorgestellt, wie die Gruppe so funktioniert, wie das alles läuft. Dann, was wir haben jetzt im aktuellen Feed zum Beispiel, jetzt eine Frage bezüglich des FHR24, das heißt, man will sich selbstständig machen und jeder, der das selbst macht, ohne Begleitung eines Steuerberaters, wird natürlich mit einem Haufen Formularer erschlagen. Unter anderem auch, wie gesagt, das ist das FHR24, der Fragebogen für natürliche Personen. Und da geht es jetzt um eine spezielle Frage zum Beispiel auch bezüglich der Regelbesteuerung. Wie funktioniert das mit dem Regelbesteuerungshandrag? Ist da diskutiert worden, das ist jetzt gerade aktuell. Da habe ich jetzt auch dem Teilnehmer schon mein Feedback gegeben, damit er auch das weitermachen kann. Da auch, ja, kurze Vorstellung, was macht jeder Teilnehmer in der Community? Das heißt, es ist auch fürs Netzwerken sehr gut geeignet. Oder da zum Beispiel hatten wir einen Feed bezüglich Versicherungen für die Branchenunternehmensberatung, Informationstechnologie. Das heißt, da gibt es über die WKU-Fachgruppe UBIT einige Vergünstigungen. Da gibt es wieder einen Tipp, den ein Mitglied dieser Community den anderen zur Verfügung gestellt hat, um hier Kosten zu sparen. Dann haben wir nochmal das Thema FHR24-Fragebogen. Das ist natürlich ein Dauerbrenner für jeden Unternehmensgründer, aber auch Hilfe zur FinanzOnline, wenn man da was machen möchte. Oder ein sehr, sehr heißes Thema. Und vor allem ein teures Thema, was es sein kann, ist der Themenkreis Sozialversicherung. Da haben wir auch schon sehr ausführlich diskutiert. Und da ist Unternehmensgründung mit einer GmbH gegangen. Oder aber auch da, der Teilnehmer hat zum Beispiel Fragen gehabt zu unterschiedlichen Gewerben. Das heißt, man ist in mehreren Gewerben tätig. Man braucht mehrere Gewerbescheine. Wie schaut das Ganze dann im Detail aus? Was haben wir dann noch? Ja, Hilfe bei der Absetzbarkeit von Fahrten als Selbstständiger in Österreich. Das heißt, es ist ein Fahrtenbuch gegangen, ein Firmenauto, Privatfahrzeug und so weiter. Oder aber auch die Überlegung, naja, ist die Einnahme- und Ausgabenrechnung die richtige Gewinnermittlungsart für mich als Einzelunternehmer? Oder wäre nicht vielleicht auch eine Pauschalierung gescheiter? Das kann in vielen Fällen vorteilhaft sein. Insbesondere dann, wenn ich kaum Ausgaben habe, die ich nachweisen kann. Dann wäre natürlich eine Pauschalierung zu überlegen. Genau, da haben wir auch wieder Kleingewerbe- und Einkommenssteuererklärung. Unternehmer-Service-Portal oder auch Umsatzsteuervoranmeldung. Wir haben da einen Teilnehmer, der ist aufgefordert worden, eine Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen. Obwohl er eigentlich Kleinunternehmer wäre. Das heißt, auch solche Probleme schauen wir uns da an. Oder allgemein ist das Brief vom Finanzamt kommen. Was soll man da tun? Ja, was haben wir noch? Da auch Thema digitales Fahrtenbuch. Das Fahrtenbuch ist nicht nur bei uns in der Kanzlei, nicht nur bei Betriebsprüfungen, nicht nur in unseren YouTube-Videos, immer wieder Dauerbrenner, sondern auch in der Community. Und hier hat ein Teilnehmer ein digitales Fahrtenbuch getestet, war sehr begeistert und hat natürlich auch seine Erfahrungen da geteilt in der Gruppe. Und wie wir da jetzt so sehen, ja, hat auch Gründung in einem EU-Ausland. Die Feeds oder die Beiträge in diesem Feed in der Gründer-Community sind alle rein auf das Unternehmen bezogen oder persönliche Vorstellungen, um zu netzwerken. Es ist immer der gemeinsame Weg nach vorne das Ziel. Da gibt es keine unqualifizierten Kommentare. Da gibt es Unterstützung und Erfahrungsaustausch. Oder eben so Best-Practice-Beispiele. Also was hat gut funktioniert? Welcher Weg hat geklappt? Oder manche Teilnehmer sagen, ich habe das jetzt einfach probiert und es hat funktioniert. Und da gibt es halt einen Rengerfahrungsaustausch, wirklich direkt in der Gruppe. Wieso ist diese Gründer-Community eigentlich kostenpflichtig? Naja, das hat mehrere Gründe. Zum einen bekommst du Zugang zu eben diesem exklusiven Bereich, zu dem nur gleichgesinnte Zugang haben. Das ist von außen nicht ersichtlich, deswegen haben wir auch da den Namen unkenntlich gemacht im Video. Und dieser Zugang, dieser kostenpflichtige Zugang ist im Grunde ein Filter. Das heißt, hier gibt es keinen Platz für dumme Kommentare, wie es zum Beispiel in den Facebook-Gruppen der Alltag ist. Hier herrscht positive Stimmung. Jeder will dem anderen Tipps und Erfahrungsberichte geben, um eben weiterzukommen. Jeder möchte den anderen weiterhelfen. Und darüber hinaus, zusätzlich bekommst du noch sofort nach der Anmeldung einen Online-Kurs für Unternehmensgründer freigeschalten. Allein dieser hat schon einen Wert von 399 Euro netto. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es obendrauf noch von mir ein Schnupperticket für unser Geschäftsführertraining, was auch einem Wert von 499 Euro entspricht. Die Teilnahme ist monatlich kündbar. Und wenn du sagst, ja, das klingt spannend, das schaut echt gut aus, das möchte ich mir anschauen, dann klicke hier und tritt der Community bei. Und wenn du wissen möchtest, ob du mit einem Einzelunternehmen oder doch gleich mit einer GmbH dein Unternehmen starten solltest, dann schau dir dieses Video an.